Familienfoto direkt aus dem Krankenhaus Was für süße Nachrichten von Schauspieler Henry Golding, 34, der Crazy Rich ASEAN-Star und seine Frau Liv Lowe sind zum ersten Mal Eltern geworden. Jetzt teilen beiden den ersten süßen Schnappschuss als Familie. Henry Golding, deine Stärke hat uns unsere größte Freude gebracht. Immer wieder hatte Liv Lowe ihre Instagram-Follower über den Status ihrer Schwangerschaft informiert. Doch jetzt ist die Zeit der prallen Babybauchfotos wohl vorbei. Denn ihr kleines Baby hat das Licht der Welt erblickt. Überglücklich teilt Papa Henry jetzt einen ersten Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Während Mama Liv ihren Nachwuchs fest im Arm hält, beugt sich der frischgebackene Papa liebevoll zu seiner Frau und seinem Kind. Der Stolz steht ihm ins Gesicht geschrieben. Henry schreibt zu dem Foto. Diese Frau. Mehr als alles, was ich mir je vorstellen konnte. Deine Stärke hat uns unsere größte Freude gebracht. Danke, ich liebe dich. Was für eine schöne Liebeserklärung. Ob Liv gerade einen Jungen oder ein Mädchen in den Armen hält, das bleibt jedoch vorerst ihr Geheimnis. 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 Ich bin soft. cido nee. Mann war.